Jo, moin Leute, willkommen zum zweiten Teil. Am zweiten Spieltag der UEFA Nations League. Heute Abend 20.45. Schweden gegen Türkei. 3-0 Schweden. Dann Portugal gegen Italien. 2-3 für Italien. Kosovo gegen Ferroa Inseln. 1-1 Malta gegen Aserbaidschan. 1-3 Aserbaidschan. Montenegro, Litauen. 2-2 zu 0 Montenegro. Schottland, Albanien. 3-0 für Schottland. Serbien, Rumänien. 2-2 Unenthin. Und Andorra gegen Kasachstan. 0-1 für Kasachstrasen. So, das waren die UEFA Nations League Tipps für den zweiten Spieltag Teil 2. Lassen, Like da, lassen, Abo da. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.